hallo leute willkommen auf meinem youtube kanal heute möchte ich ein video machen über die schwefelkur nach dr probst gibt es schon ein paar videos ich stelle jetzt mein erfahrungsbericht auch noch dazu keine handlungsempfehlung kein gesundheitsversprechen okay das war deutlich das heißt wir gehen jetzt gleich in die fakten und den rest der erzählung den könnt ihr euch am schluss anschauen jetzt schauen wir uns an was in diesen sechs wochen passiert ist dr probst stelle einen verlust von circa drei kilogramm schädlichen darmbakterien in aussicht ich bin ingenieur also will ich messwerde darum habe ich hier mit protokolliert die sechs wochen schwefelkur und für euch anschaulich in diagramme gefasst hier ist der aufsetzpunkt gelb die 95, noch was kilo die ich am anfang gewogen habe ja nicht sehr schön und der die schwefelkur begann am 19 12 2017 die erste woche lief gut dann kamen symptome die waren ja eigentlich einer alkohol vergiftung oder so also der körper hat tatsächlich reagiert hat entgiftet ich bin dann auch für eine woche ausgestiegen ja und wie ihr seht das gewicht ging dann bis zum heutigen tag kontinuierlich in der tat runter um 3,3 kilo innerhalb von sechs wochen die beiden kronen kringel sind einmal steak abends und einmal pizza abends geschuldet ihr kennt das dann meint man auf einmal ja jetzt kann man frech werden es geht ja nach unten aber im gegensatz zu so hat der körper offensichtlich regulationsmechanismen wieder erlangt die ihm erlaubt haben sehr schnell wieder an den setpoint anzuschließen dann war ich der meinung dass man das ganze auch bei der körperlichen leistungsfähigkeit sehen müsste als parameter habe ich hier meine jogging ergebnisse herangenommen runtastic lockt das mit und verpetzt es an facebook also ihr seht das ist authentisch ja das sind wirklich messwerte genau wie das gewicht das ist ehrensache das wird nicht gefakt und wie ihr seht da hat sich was getan also von den 9,5 minuten pro kilometer sind war runter auf 8,5 8,3 das ist gar nicht so schlecht obwohl es natürlich absolut kein guter wert ist ich bin kein guter läufer schwimmen tue ich besser zum schluss noch subjektiv beurteilt das thema toilettengang ja also ein bisschen ein anstrengendes geschäft gewesen und da bin ich wirklich sehr angenehm überrascht geworden ja ich habe das mal mit noten zwischen 1 und 6 subjektiv beurteilt und es ist wirklich kontinuierlich besser geworden ja ich habe mir das die smileys mal gespart ihr könnt die kurven auch so interpretieren weil es eine ziemliche arbeit ist also tatsächlich alles das was der doktor probst hier versprochen hat hat sich auch eingestellt ja das mit der geruchsentwicklung jetzt sparen so wie es manche auf dem kanal jetzt erzählen ja natürlich klar dass auch das kommt genauso wie es der doktor probst beschreibt und viele andere auch ja so ich hoffe ich habe euch mut gemacht dieses thema auch mal anzugehen ja also ich war wirklich überrascht wie das tatsächlich funktioniert jetzt ich zeige ich euch noch wie ich die einnahme gemacht habe die eine youtuberin die hat sich auf so eine tablettmaschine gekauft das war mal zu aufwendig ich habe es am anfang und das käsebrötchen gemischt das ging ganz gut man kann es auch direkt essen und zum schluss das video habt ihr ja im intro gesehen habe ich es unter die aktive oder sonstigen yoghurt gemischt kleine anmerkung noch ich hatte das gefühl dass einer also ist von knoblauch ja knoblauch halte ich also auch nicht jedermanns sache aber das schien noch eine synergetische wirkung zu haben es schien also die wirkung dieser schwefelkur noch zu verstärken aber ich will euch hier einfach ermunternd selbst experimente anzustellen und jetzt kommt noch ein bisschen was erklärendes wer es noch haben will zieht sich rein und wer nicht der kann er hier weg klicken eine bieten in eigener sache ihr habt vielleicht mitbekommen youtube hat die richtlinien verändert wir brauchen alle ja die view time ist nicht das problem bei mir wir brauchen alle aber tausend abonnenten bis zum 20.2 also wir haben gerade ist noch zehn tage wenn ihr jemals mit dem gedanken gespielt habt meinen kanal zu abonnieren jetzt wäre die richtige zeit ich würde mich freuen und bleibt mir gesund bald gibt es auch wieder was über flugzeuge über autos bleibt meinem kanal treu eines hätte ich fast noch vergessen einige von euch wissen ich bin den spirituellen themen durchaus zugetan obwohl ich ingenieur bin meditiere auch und ich hatte den eindruck aber auch das ist sehr subjektiv dass die die spirituelle bewusstheit in dieser phase zunimmt ähnlich wie beim fasten ja gut der darm hat ja auch unheimlich viele neuronen man sagt ja nicht unbedingt nicht umsonst aus dem bauch heraus also viele sagen ja ist auch so ein bisschen wie wie das gehirn okay kann man stehen dazu wie man will manche sprechen halt im zweiten gehirn es war mein subjektiver eindruck so jetzt kommen noch ein paar erläuterungen wer sich noch geben möchte zieht euch rein ich habe mir also so eine tüte organischen schwefel kommen lassen was der dr probst sagt ist ja dass dieser schwefel die ungesunden darmbakterien abtötet gleichzeitig ist schwefel offensichtlich das könnt ihr selbst googeln ein wichtiger bestandteil beim zellstoffwechsel da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen wo kommt der schwefel her ich zeige euch das mal das ist zum beispiel ein gestein das mit schwefel belegt ist wie auch immer also der natürliche nicht chemisch synthetisierte schwefel kommt vor allem bei vulkanischen tätigkeiten hervor in der technik wird er verwendet als begleiter im stahl in vielen stellen tut er die die werkstoffeigenschaften günstig beeinflussen und wir schauen jetzt was er mit uns macht also ich mache so eine kleine tabelle da tue ich mein körpergewicht wie schnell ich die drei kilometer laufe und mein wohlbefinden so los geht's also ich nehme den löffel honig ok nehme ich einen kleinen löffel von dem schwefel ich würde euch trotz allem empfehlen fangt mit wenig an ja schaut erst mal wie euer körper reagiert steigern kann man dann immer noch wenn die erfahrung da ist und jetzt versuche ich diesen schwefel rein zu hüllen ich kann mir auch vorstellen dass er dann eben nicht so schlagartig auf die auf die magenwände prallt wie geht es noch weiter es geht so fertig mahlzeit und runter gespült mit einem kalten kaffee gut ich werde das jetzt mal ein paar wochen verfolgen was mit mir so passiert ob diese berichteten positiven wirkungen bei mir auch auftreten nochmal kein heilsversprechen keine handlungsanweisung keine garantie jeder ist für sich selbst verantwortlich aber ich denke wir haben alle einen inneren arzt wir wissen was uns gut tut und was nicht wir wissen wir sind jetzt jetzt wie viel zu baut haben wir sind wir können in den ersten Jahren wir sind befreundlich wir sind also ein bisschen wir sind wir sind